Ja, Gäste sind mal wieder am Start. Ja, wir haben mitten im Oktober, der Herbst kommt rein, aber wir heizen euch schön mit guten, schönen, knackigen Housebeats ein, sodass es wieder schön warm wird. Ja, die Maxplayers, wie geht's? Alles klar? Ja, uns geht's gut. Schön, dass wir mal wieder hier sind. Grüße euch an den Hörgeräten da draußen, oder wie sagt man? Ja, ne? Sagt man so. Ja, ganz genau. Und, bei dir auch? Ja, alles fit. Also, wir freuen uns auch mal wieder hier zu sein bei euch. Letztes Mal war auch spaßig. Bisschen durch von gestern. Ja, ist ja schon ein bisschen eineinhalb Jahre her ungefähr, ne? Jo, ungefähr. Das kommt schon hin. Okay, ja, die beiden Jungs spielen regelmäßig im Club Ego. Also in Bad Oeynhausen, Detmold auch unterwegs, Bielefeld hier in Ostwestfalen auf jeden Fall ein oft gebuchter Act. Und, ja, was gibt's heute von euch zu hören, stylmäßig? Wir haben uns überlegt, so ein bisschen hausi-mausi, ein bisschen locker weg zum Wochenendstart sozusagen, dass wir euch ein bisschen ins Wochenende bringen. So was wir auch sehen. So was wir auch sehen. So was wir auch sehen. Bis zum nächsten Mal. 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 ... 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